Freunde, es ist soweit und wenn ihr in Classic bzw. der Season of Discovery an GDKP Runs teilgenommen habt, solltet ihr wirklich vorsichtig sein, was euren Account angeht. Wir hatten vergangene Woche dieses Thema hier, Blizzard verbietet GDKP Runs, Spieler sind sauer. Also, Blizzard hatte angekündigt, GDKP Runs zu verbieten, da muss ich mich übrigens an einer Stelle noch entschuldigen bei euch, bzw. war das eine Fehlinformation von meiner Seite, ich hatte es so verstanden, ich hatte mich in einem Discord eingelesen und weiß nicht, ob ich da ein falsches Discord getroffen hatte oder ob ich einfach nur falsch gelesen habe, aber in dem ging es darum, dass bei einem so einen GDKP Run, der mal geplant war, das meiste Gold, was dabei für die Items zustande kam, in die Tasche desjenigen ging, der es veranstaltet hat. Ich habe das dann in dem Video so dargestellt, als wäre es grundsätzlich Fakt. Ihr habt dann aber auch gesagt, im Normalfall wird der Pot, also das ganze Gold, was zusammengekommen ist, in einem gewissen Teil gesplittet und ein Prozentteil geht irgendwie an denjenigen, der es veranstaltet hat. Also dahingehend, sorry nochmal, da habe ich mich dann falsch informiert, bzw. habe nicht genug Quellen einfach eingeholt, um das differenziert darzustellen. Das war nicht richtig an der Stelle. Aber worum es jetzt geht, ist die Tatsache, viele hatten so das Gefühl, ja, keine Ahnung, das, was ich gelesen habe auf Reddit, ja, Blizzard kriegt das eh nicht mit Scheiß drauf, wir machen trotzdem weiter. Oder wie es auch hier in dem Video kam, was ich gezeigt hatte an Forenbeiträgen, dass Spieler dann gesagt hatten, ja, fuck it, wenn wir kein Gold tauschen dürfen, dann kaufen wir halt einfach irgendwelche Items und traden die halt untereinander und am Ende verkaufen wir die dann nach den Runs wieder im Auktionshaus und, ne, also nicht direkt Gold tauschen, aber indirekt, quasi. Alle, die dachten, dass Blizzard das nicht auf den Schirm bekommt, das zu entdecken, die liegen aber, denke ich, jetzt scheinbar falsch. Denn es hat offiziell begonnen, dass Blizzard Verwarnungen schon sogar rausgehauen hat. Und das Ganze wurde gepostet auf Reddit von User Look Delicious. Das Ganze war einen Tag vor dem Start der zweiten Phase der Season of Discovery. Also, die Season hatte nicht mal begonnen. Und da hat Blizzard sogar schon Warnungen rausgehauen. Das finde ich insofern interessant, weil viele Kommentare, die ich gelesen hatte, gingen halt in die Richtung nach dem Motto, ja, Blizzard rafft das eh nicht. Oder die meisten gingen sogar, glaube ich, eher in die Richtung, Blizzard rafft es vielleicht, aber denen wird das wahrscheinlich scheißegal sein und die machen nichts dagegen. Aber wie wir sehen, zweite Season hatte nicht mal begonnen und es wurde erst für diese zweite Phase verboten. Und schon hat Blizzard Verwarnungen an einzelne oder an relativ viele Accounts rausgehauen. Also, hier haben sich dann auch noch ein paar mehr Leute gemeldet, die das mitgeteilt bekommen haben. Und der Spieler, der das gepostet hatte, war halt jemand, der an diesen GDKP-Teilruns teilgenommen hatte. Er hat vor dem Start der zweiten Phase diese E-Mail bekommen. Also, erstmal Grüße, Accountname, dann welche Aktion vorgenommen wurde. Es ist eine Verwarnung, was ihm zur Last gelegt wurde. Er hat Exploits benutzt oder eine Exploit-Aktivität und damit die sogenannten GDKP-Rates, also wo mit Gold auf Items gerollt wird. Dann schreibt Blizzard, Also, sie haben festgestellt, dass er an einem GDKP-Run teilgenommen hat. Und diese, ja, diese Art von Gold-Austausch widerspricht der Integrität der WoW-Spielumgebung. Also, es ist nicht vorhergesehen oder weiter geduldet. Ähm, das wird dann auch hier nochmal deutlich. This behavior will be considered a violation. Once Phase 2 of Season, Discovery is life and will result in suspensions and removal of gains. Also, mit Phase 2 der Saison der Entdeckung wird das Ganze als Verstoß gegen die Terms of Service gewertet. Ähm, und resultiert am Ende, wenn man es weitermacht, in Bands, Sperrungen und alles, was man gewonnen hat, an Loot beispielsweise, wird einem weggenommen und eventuell gewonnenes Gold natürlich auch. Dann, dass der Account-Halter verantwortlich ist für alle Aktivitäten auf diesem Account und so weiter und so fort. Da fügen sie dann auch nochmal die, äh, ne, Bedingungen und was weiß ich, Terms of Use und so weiter hinzu, nochmal zum Durchlesen. Dann hier unten nochmal, Also, auch hier nochmal die Androhung. Im schlimmsten Fall wird das weitergemacht, ist der Account dauerhaft weg. Ähm, und ja. Man kann hier noch sagen, okay, manchmal kann es vielleicht sein, dass der Account kompromittiert wurde und diese Aktionen von einem Dritten vorgenommen wurden. Da kann man sich dann an Blizzard wenden, ähm, und Sachen einleiten nach dem Motto, ey, das war jetzt nicht meine Schuld, dass ich da teilgenommen habe. Aber ich denke, das wird auf die wenigsten zutreffen. Und dementsprechend, ja, was wir, denke ich, sagen können an dieser Stelle, Blizzard meint es ernst, was diese GTKP-Geschichte angeht. Und ich an eurer Stelle, falls ihr das Ganze spielt, wäre sehr, sehr vorsichtig. Oder falls ihr das genutzt habt vorher, wäre sehr, sehr vorsichtig. Sie haben das auf dem Schirm und sie haben damit auch gezeigt mit diesen Warnungen. Ähm, sie kriegen es nicht nur mit, sondern sie sind auch gewillt, was dagegen zu tun. Und dementsprechend würde ich mal schätzen, selbst wenn man auf Alternativen ausweicht, wie dann Lila Lotus untereinander zu tauschen oder sonstige Scheiße, Blizzard wird das rausfinden und Blizzard wird dann, äh, den, die Keule wahrscheinlich rausholen und Leute wegbannen. Dementsprechend, um das Wohl eures Accounts, seid vorsichtig, ähm, passt ein bisschen auf. Damit danke an euch fürs Zusehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mögt, ob ihr so eine E-Mail auch bekommen habt, falls ihr mal an so einem GTKP-Run teilgenommen habt. Falls ja, übrigens müsst ihr euch auch, zumindest in meinen Augen, nicht dafür schämen. Ähm, haben ja sehr, sehr viele gemacht und es war gang und gäbe. Und es war ja bis dato nichts Verbotenes, von daher alles easy. Wenn ihr mögt, könnt ihr das ja mal erzählen, falls ihr auch sowas bekommen habt. Damit danke nochmal fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.